Hallo, ich habe heute einen Weihnachtsrhythmus für euch parat gemacht und zwar besteht der Rhythmus aus ganz vielen verschiedenen Teilchen. Ich zeige euch alle Teile einfach mal nacheinander vor. Der erste Teil, der geht so. Das Ganze funktioniert mit Klatschen und Reden gleichzeitig. Also, der erste wäre wie ein Nachtsgeschenkli, wie ein Nachtsgeschenkli, wie ein Nachtsgeschenkli, wie ein Nachtsgeschenkli. Macht doch immer gerade mit, sobald ihr es könnt. Der zweite Teil, der geht so. Wie ein Nachtsgeschenkli, wie ein Nachtsgeschenkli. Dann gibt es noch einen dritten Teil und zwar geht der so. Alle singen Lieder. Alle singen Lieder. Alle singen Lieder. Alle singen Lieder. So, jetzt könnt ihr euch ein Teil aussuchen und einfach probieren, diesen mitzumachen. Ich schneide hier jetzt verschiedene Videos einschneiden, sodass es nachher klingt, als ob ich alles gleichzeitig klatschen würde. Und ihr probiert einfach mit einer Linie mitzumachen. Viel Spass! Wie ein Nachtsgeschenkli, wie ein Nachtsgeschenkli, wie ein Nachtsgeschenkli. Wie ein Nachtsgeschenkli, wie ein Nachtsgeschenkli, wie ein Nachtsgeschenkli. Alle singen Lieder. Jetzt zum Schluss könnt ihr nochmal zurückspulen und vielleicht noch einen anderen Teil probieren. Ich wünsche euch viel Spass und eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss!